Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spanart. In der letzten Folge haben wir euch einige Beispiele gegeben, welche Probleme es bei der Drehbearbeitung gibt und wie diese gelöst werden können. Heute behandeln wir das Thema Verschleiß bei der Drehbearbeitung bzw. wie wir diesen reduzieren und die Standzeiten unserer Schneide erhöhen können. Aber wie definiert sich überhaupt die Standzeit? Die Standzeit ist die Zeit, in der die Schneidkante zuverlässig in der Lage ist, den Werkstoff zu zersparen und gleichzeitig alle Werkstückanforderungen einhält. Die Kriterien, wann das Standzeitende erreicht ist, können dabei ganz unterschiedlich sein. Für eine prozesssichere Bearbeitung können zum Beispiel Verschleißmarkenbreite oder Tiefe definiert werden, um einem Bruch vorzubeugen. Bei Schlichtbearbeitungen ist das entscheidende Kriterium häufig die Oberflächentrauheit des Werkstücks oder die Genauigkeit, mit der die Schneide noch arbeiten kann. In der Praxis wird meist einfach halshalber getestet, wie viele Werkstücke oder Minuten das Werkzeug aushält, bevor die Verschleißmarkenbreiten erreicht oder die Werkstückanforderungen nicht mehr gegeben sind. Dann wird zum Beispiel nach 80 Prozent der Erfahrungswerte das Werkzeug gewechselt. Jedes Schneidwerkzeug unterliegt einem gewissen Verschleiß, welcher mal schneller und mal langsamer zum Standzeitende führt. Bei den Standzeiten, über die wir in der Zerspannung sprechen, handelt es sich meist um Minuten oder wenige Stunden. Es gibt aber auch zum Beispiel PKD-Werkzeuge, welche tage- oder wochenlange Standzeiten haben. Die Schneide wird auf die eine oder andere Art und Weise irgendwann nicht mehr die Anforderungen erfüllen können, die an sie gestellt wird. Es geht im Prinzip immer nur darum, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit alle Verschleißmechanismen auf ein Minimum zu reduzieren oder anzupassen. Wirtschaftlichkeit meint, wenn wir beispielsweise die Schnittgeschwindigkeit so weit reduzieren, dass das Werkzeug doppelte Standzeit erreicht und wir uns hier durch drei Euro sparen, gleichzeitig jedoch bei einem Maschinenstundensatz von 100 Euro 30 Minuten länger benötigen, dann haben wir am Ende 47 Euro Verlust gemacht. Reduzieren oder anpassen meint, es bringt mir nichts, wenn ich den Freiflächenverschleiß auf 60 Minuten strecke, wenn der Kolkverschleiß nach 20 Minuten zum Bruch führt. In diesem Fall könnte zum Beispiel durch einen kleineren Vorschub der Kolkverschleiß reduziert werden, wodurch dann wiederum der Freiflächenverschleiß ansteigt. Wenn beide Verschleißformen nun aber erst nach 40 Minuten zum Standzeitende führen, hätten wir die ursprüngliche Standzeit verdoppelt. Aber schauen wir uns nun erstmal an, wodurch Verschleiß überhaupt ausgelöst wird. Es kann hier in sechs unterschiedliche Verschleißmechanismen unterschieden werden. Abrasionsverschleiß, Adhäsionsverschleiß, Diffusionsverschleiß, Oxidationsverschleiß, thermischer Verschleiß und mechanischer Verschleiß. Abrasionsverschleiß entsteht hauptsächlich durch Hartstoffe wie zum Beispiel Carbide oder Nitride, welche mal mehr oder weniger im Werkstoff vorkommen. Diese schleifen wie bei einer Schleifscheibe zwischen Werkstück und Werkzeug und tragen dabei Material hauptsächlich an Span und Freifläche ab. Generell gilt, je härter der Schneidstoff, desto weniger anfällig ist dieser gegen Abrasionsverschleiß. Adhäsionsverschleiß entsteht durch das Aufschweißen von Werkstoff auf den Schneidstoff und anschließendes Ausreißen der Aufschweißstelle. Dabei reißt auch ein Teil des Schneidstoffes mit aus und die entstandene raue Oberfläche begünstigt das erneute Aufschweißen. Verschiedene Schneidstoff- und Werkstoffkombinationen neigen unterschiedlich stark zur Adhäsion. Ebenso spielen Schnitttemperatur und Schnittdruck eine entscheidende Rolle. Gerade bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten entsteht hier ein kritischer Schnitttemperaturbereich, der Adhäsion begünstigt. Diffusionsverschleiß entsteht durch chemische Prozesse, wobei Bestandteile des Schneidstoffes in den Werkstoff abwandern und umgekehrt. Dieser Vorgang schwächt im Kontaktbereich den Schneidstoff, wodurch dauerhaft kleinste Partikel hiervon abgetragen werden. Manche Schneidstoff-Werkstoff-Kombinationen sind hierfür anfälliger als andere. Das ist zum Beispiel der Grund, weshalb Eisenwerkstoffe nicht mit Diamantschneidstoffen bearbeitet werden können. Hier zieht es den Kohlenstoff vom Diamant hin zum Eisenwerkstoff. Selbst Hartmetall hat bei einer hohen Schnitttemperatur eine Affinität zu Eisenwerkstoffen. Hier diffundieren Kohlenstoffbestandteile aus dem Schneidstoff in den Spahn und ferrit aus dem Stahl hin zum Schneidstoff. Oxidationsverschleiß ist ebenfalls ein chemischer Vorgang, bei dem Bestandteile des Schneidstoffes mit Umgebungsmedien meist dem Sauerstoff in der Luft reagieren. Dabei bilden sich Oxide, die sich je nach Typ mal leichter und mal schwerer vom Schneidstoff abreiben lassen und so die Entstehung neuer Oxide ermöglichen. Vorwiegend bei unbeschichteten Schneidstoffen kann es zu einem Kerbverschleiß am Reaktionsbereich ober- oder unterhalb der Schnitttiefe kommen. Thermischer Verschleiß entsteht durch zu große Temperaturbelastungen oder Temperaturunterschiede einer Schneide. Das kann sich beispielsweise durch eine plastische Verformung der Schneidkante zeigen, wenn der Schneidstoff so weich wird, dass er sich unter dem Schnittdruck dauerhaft verformt. Zu große Temperaturunterschiede zeigen sich häufig in Form von Rissbildungen. Dabei dehnt sich der Schneidstoff durch die Schnitttemperatur aus und zieht sich durch plötzliche Abkühlung, z.B. durch Kühlwasser, schlagartig zusammen. Mechanischer Verschleiß entsteht durch zu große Schnittkräfte oder Schlagbelastungen, welche auf die Schneide einwirken. So kann zu großer Schnittdruck direkt zum Bruch durch Überlastung führen. Ebenso können schlagartige Belastungen durch Schnittunterbrechungen oder ungleichmäßige Werkstofffestigkeiten, z.B. bei Gusshaut, zu Ausbröckelungen, Abplatzungen oder Ermüdungsbruch führen. Soviel zu den Verschleißmechanismen. Schauen wir uns nun mal an, welche Verschleißformen hierdurch ausgelöst werden und was wir dagegen unternehmen können. Hier seht ihr eine Übersicht typischer Verschleißformen an einer Wendeschneidplatte. Bei Freiflächenverschleiß entsteht im Kontaktbereich zwischen Freifläche und Werkstoff eine Art Schlifffläche. Diese Verschleißform wird vorwiegend durch Abrasion ausgelöst. Freiflächenverschleiß muss nicht generell schlecht sein. Es ist quasi mit Kolkverschleiß zusammen eine unvermeidbare Form von Verschleiß. Wenn dieser nicht übermäßig stark auftritt, muss er nur beobachtet werden und entwickelt sich relativ konstant. Bei übermäßigen Freiflächenverschleiß hingegen sollte die Schnittgeschwindigkeit gesenkt werden, der Vorschub erhöht oder ein verschleißfesterer Schneidstoff gewählt werden. Kolkverschleiß ist eine Art Mulde, die sich durch den darüber gleitenden Span auf der Spanfläche bildet. Hauptsächlich entsteht diese Verschleißform durch Diffusion und Abrasion. Übermäßiger Kolkverschleiß kann zum Bruch der Schneidkante oder Kontrollverlust der Spanformung führen. Zudem kann die Nebenschneide beschädigt werden, was zu einer schlechteren Oberfläche führt. Hier kann zuerst die Schnittgeschwindigkeit reduziert und, wenn dann noch nötig, ebenfalls der Vorschub gesenkt werden. Außerdem kann mit einer positiveren Schneidkante oder einem chemisch weniger anfälligen Substrat bzw. einer Geschichtung gearbeitet werden. Aufbauschneidenbildungen erkennt man an dem aufgeschweißten Werkstoff auf der Spanfläche. Hier ist es die Kombination aus Adhäsionsneigung des Werkstoffs, der Schnitttemperatur und dem Schnittdruck, wodurch sich eine Aufbauschneide bildet. Dadurch wird die Werkstoffoberfläche extrem schlecht und das Schneidstoff beschädigt. Bei Werkstoffen, die zur Adhäsion neigen, sollte immer mit Kühlschmierstoff gearbeitet werden. Häufig reicht es bereits aus, die Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen. Ansonsten kann ebenfalls eine positivere Schneidkante oder eine polierte Spanfläche Aufbauschneiden verhindern. Bei Kerbverschleiß bildet sich auf Höhe der Schnitttiefe oder an der Nebenschneide kurz hinter dem Schnittbereich eine Kerbe. Das kann zum einen durch Oxidation und Adhäsion ausgelöst werden, besonders wenn die Nebenschneide betroffen ist. Zum anderen aber auch durch eine hohe Oberflächenhärte des Werkstoffs. In dem Fall beschränkt sich die Kerbe auf die Hauptschneide. Das ist zum Beispiel bei nitriergehärteten Oberflächen der Fall, kommt aber auch häufig bei Gushaut oder kaltverfestigter Oberfläche vor. Dabei wirken vorwiegend Abräsionsvorgänge. In allen Fällen kann die Zufuhr von Kühlschmierstoff intensiviert werden. Beschränkt sich der Kerbverschleiß nicht nur auf die Nebenschneide, sollte die Schnittgeschwindigkeit reduziert, andernfalls bei Adhäsionsgründen erhöht werden. Ist der Verschleiß eher oxidations- oder adhäsionsbedingt, kann ein positiverer Spanwinkel oder eine andere Beschichtung Abhilfe schaffen. Bei Abräsionsverschleiß durch harte Oberflächen kann mit einem kleineren Einstellwinkel der Verschleiß reduziert werden. Ebenfalls kann über eine andere Schnittstrategie mit variierenden Schnitttiefen ein punktueller Kerbverschleiß vermieden werden. Kammrisse sind feine Risse, die senkrecht zur Schneidkante verlaufen und oft selbst unter der Lupe schwer erkennbar sind. Sie entstehen durch schnelle Temperaturwechsel, meist durch unregelmäßige Zufuhr von Kühlmittel. Dabei dehnt sich der Schneidstoff durch die Schnitttemperaturen aus und zieht sich dann bei Kühlmittelkontakt schlagartig wieder zusammen. Durch dieses Wechselspiel ermüdet der Schneidstoff und es bilden sich die typischen kammartigen Risse. Durch den so geschwächten Schneidstoff kommt es zu Ausbrückelungen oder sogar Totalbruch der Schneidkante. Hier gilt es entweder kontinuierlich zu kühlen oder gar nichts. Wenn auf eine Kühlmittelzufuhr, zum Beispiel werkstoffbedingt, nicht verzichtet werden kann, sollte die Schnittgeschwindigkeit gesenkt oder ein zäherer Schneidstoff gewählt werden. Plastische Verformung zeigt sich durch eine Verformung der Schneidkante. Dabei kann die Schneidkante absinken oder sich nach oben verformen. Grund ist die zu hohe Schnitttemperatur und gleichzeitig ein zu hoher Schnittdruck. Durch die Verformung steigen Temperaturen Druck noch stärker an. Dabei entstehen zunehmend schlechte Werkstückoberflächen und es kann zum Bruch der Schneidplatte führen. Zuerst sollte die Schnittgeschwindigkeit gesenkt, dann der Vorschub reduziert werden. Nur wenn das noch nicht hilft, kann zusätzlich die Schnitttiefe reduziert werden. Schneidkantenausbrüche zeigen sich in Form vor kleinen Ausbröckelungen oder Schichtabplatzungen einer Schneidkante. Meistens wird diese Verschleißform durch schlagartige Belastungsspitzen ausgelöst, zum Beispiel bei unterbrochenem Schnitt. Aber auch Vibrationen durch mangelhafte Werkstücksspannungen oder Maschinenstabilität können zu Ausbrüchen führen. Durch die beschädigte Schneidkantengeometrie erhöht sich der Schnittdruck und die Schnitttemperatur. Das begünstigt wiederum Adhesions- und Abrasionsvorgänge und kann schlimmstenfalls zum Bruch der Schneide führen. Hier sollte zuerst die Werkstückaufspannung geprüft und Vibrationen ausgeschlossen werden. Durch ein zäheres Substrat oder eine stabilere Schneidkantengeometrie kann Abhilfe geschaffen werden. Ermüdungsbrüche können während ihrer Entstehung anhand von Rissen parallel zur Schneidkante erkannt werden. Diese Risse und der anschließende Ermüdungsbruch entstehen hauptsächlich durch stark schwankende Schnittdruckbelastungen. Dabei wird der Schneidstoff immer abwechselnd Druck und Zugkräften ausgesetzt, wodurch sich Mikrorisse bilden. Bei Ermüdungsbrüchen ist meist ein zäheres Substrat die wirtschaftlichste Lösung. Ebenfalls kann durch einen geringeren Vorschub oder Zustellung der Schnittdruck gesenkt werden. Bei einem Bruch der Schneide ist diese so irreparabel beschädigt, dass eine Weiterbearbeitung hiermit nicht mehr möglich ist. Oft wird dadurch auch die Zwischenlage der Halter oder das Werkstück beschädigt. Im Grunde handelt es sich hier auch nicht wirklich um eine Verschleißform, sondern eher um die Folge anderer Verschleißformen oder einer unmittelbaren Überlastung der Schneide. Sollte erstes der Fall sein, muss bereits vor dem Bruch beobachtet werden, wo die Verschleißgründe liegen, um gegensteuern zu können. Bei letzterem Grund der Überbelastungen können entweder durch Reduzieren von Vorschub und Zustellung die Schnittkräfte gesenkt oder ein zäheres Substrat gewählt werden. Ebenfalls können die Schneidplattengröße, Form oder Geometrie stabiler gewählt werden. Es kann aber auch zu Beschädigungen außerhalb der Schnittzone kommen durch sogenanntes Span-Hämmern. Dabei kommt es hauptsächlich im Bereich der Freifläche oder an der Zwischenlage zu Abplatzungen oder Ausbrüchen. In diesem Fall windet sich der Span nach der Scherung und schlägt gegen die Schneidplatte oder die Zwischenlage. Je dicker und fester der Span, desto heftiger kann die Schlagwirkung sein. Entscheidend hier ist die Richtung und Bindung des Spans. Mit einem anderen Einstellwinkel oder einer anderen Spanformer Geometrie kann das Span in eine andere Richtung gelenkt werden. Wenn der Einstellwinkel nicht änderbar ist, kann durch leichte Variationen der Schnittparameter die Aufprallstelle von der Schneidkante weg Richtung Freifläche Mitte gelenkt werden. An dieser Stelle ist die Schneidplatte am unempfindlichsten. Alternativ kann auch ein zäheres Substrat Beschädigungen verhindern. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir hoffen wie immer, dass für euch interessante Einblicke mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal, euer Team von Spanart. Ciao!